hallo und herzlich willkommen bei red.cambo ich bin hier wieder auf die jagd nach dem ticket und wir spielen heute das spiel guns of glory das haben wir ja letztes schon angefangen als brauche ich kein download zu machen geht es also ganz schnell und dann start man das spiel da muss wir was bis hin installieren okay kein problem das gibt es ganz schnell ich hoffe dass das spiel auch bald wieder vorbei ist ich mag solche spiele ja nicht wie schon ein paar mal gesagt habe ich mich auch immer wieder wiederholen werden aber das hat deshalb bei dem ticket dabei und das müssen wir spielen ich möchte ja vielleicht den rechner kriegen oder die drohne man hat du willst drohne nicht mehr die drohne haben ja 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 doch oder was den überrechner haben möchte auch gut ja haben wir zwei rechner nebeneinander stehen ja okay dann was ist hier los allianz ok helfen ok alle helfen auch gut questbuch ok gehe zu da ist eine truhe sammeln dankeschön das ist umsonst und dann machen wir weiter womit wir aufgehört haben die basis erst mal aufbauen na nicht frei nicht umsonst ach schon fertig ich war so langsam ich muss ein monster killen wo ist es suche monster suche level 1 monster das ist ein bauer das ist doch kein monster egal greife einen bauern an mit 120 100 davon und 100 davon gegen einen bauern 10 kilometer entfernt dieser war schnell unterwegs blutsauger das wäre ein monster hier ist irgendein gillen krieg gerade im gange na egal gehen wir zu meiner stadt zurück und wir machen jetzt allianz 25 hier einfordern ok das auf level 3 verbessern machen wir auch hier haben wir eine 24 stehen oh wir können 24 truhen öffnen konnen nicht alle gleichseitig öffnen kann man hier nicht alle gleichseitig öffnen nope Acht Gold, ein Gold, zwei, ah ne viel Gold. Oh, dauert das lange, ah ok, da ist es vorbei, dann machen wir den hier und der ist auch schon vorbei, der ist auch vorbei, der ist auch vorbei, gut, anschauen ist bestimmt jetzt wieder Videos angucken, da gehe ich von aus, Lord Allianz. Behalte mehr Punkte, kann ich noch nicht öffnen, kein Problem. System, erster Kill, jawohl, ja, und da bricht, auch gut. Und, ah, hier, free, gut, weiter geht's, einfordern, gehe zu. Bauen, free, nächste Quest, einfordern, gehe zu. Wie bei den meisten Spielen immer auf Queste gehen, einfordern. Also, wenn ich mir manchmal die Werbung anschaue, ist die irgendwie ganz anders. Sollen wir alles 1 sind am drücken hier? Was sollte ich jetzt hier machen? Weitere Infos, ich habe noch keine Uniform, noch keine Rüstung, also ich bin auch eigentlich nackig. Ah, jetzt kann ich hier weitergehen auf Holz oder Essen. Es ist, glaube ich, wichtiger für die Armee erstmal. Für meine super große Armee. Ach, hier ist mir das gleiche. Gestern schon drauf gedrückt, heute drauf gedrückt. Helfen, okay, wird gemacht. Gegenstände. Empfohlen. Dann gehen wir nochmal auf die Queste. Wo müssen wir jetzt hingehen? Sammle 500 Essen aus dem Königreich. Ah, okay. Ich muss also eine Farm plündern. Da ist doch schon eine. Besetzen. Marschieren. So, dann wird das schon mal fertig sein gleich. Hoffe ich. Dann schauen wir nochmal hier in Kapitel 2. Einfordern. Einfordern. Und dann gehe jetzt zu Beweise der Stärke der Truppe. Training. Ausbilden. Einfordern. Einfordern. Bestätigen. Bestätigen. Da, 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 da. Nächstes Kapitel. Oh, sind wir auch schon halbfertig. Shexy. Plum, 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 plum. Hier war noch ein roter Punkt. Wo ist der rote Punkt? Das ist bestimmt der Brief hier. Oder nicht? Habe ich hier irgendwie eine Truhe, die man aufmachen kann? Nachricht. Level 5. Hier ist eine Truhe. Eine Truhe von Belangen kann geöffnet werden, wenn dein Schloss Level 1 erreicht. Das ist schon lange Level 1. Ah, jetzt Level 5. Dann haben wir jetzt noch. Um den einen roten Punkt. Ach, hier haben wir eine Rüstung. Ausrüsten. Episch. 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 Jetzt haben wir Allianz noch einen. Geschenktruhe. Okay. Schicken. Oder erhalten. Oder Talot. Schicken. Hm, das hat müssen wir auch noch. Das hat sehr viel Gold gekostet. Wo ist jetzt noch? Hier oben die Quest. Level 4. Hilfe. Schraub mir einer hilft. Post. Ein Bericht. 1,500 Essen. Gut. Ach, können wir ja löschen. Dann gehen wir mal jetzt hier oben hin. Einfordern. Einfordern. Tag 1 Einfordern, einfordern Heute ist Tag 2 Da ist noch nichts Premium Einfordern und Tag 2 einfordern Hippie Da ist noch was Eine Heldentruhe Ah, schon wieder vorbei Das Spiel Hier gibt es noch was Umsonst geschenkt Nicht wirklich Schade, schade Ach, da oben Gibt es ja doch was geschenkt Schau doch mal hier die letzten zwei Sachen Und dann ist für heute schon wieder vorbei Hm, keine Ahnung Keine Ahnung Da, da ist noch eins Damit bestimmt das hier Ah, einfordern Da ist noch ein roter Punkt Schon wieder ein roter Punkt Eine Hilfe Zwei helfen Zwei helfen So, das war's für heute wieder Schnell aus dem Spiel raus Wir haben noch nicht viel geschafft Nur die Wasser aufgebaut Aber Aber Vielmehr werde ich es auch nicht spielen Danke fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr dabei seid Bis dann Viel Spaß Und auf Wiedersehen Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.